Visionen und Ziele sind fantastisch. Bei den meisten Menschen läuft das Leben aber nicht immer nach Plan. Und dann beginnt der Kampf mit den eigenen Emotionen. Eines sage ich euch, im Leben läuft nicht immer alles nach Plan. Aber ein wahrer Champion macht immer das Beste aus der jeweiligen Situation. Und wir zeigen euch, wie auch du zum Champion wirst. Ein weiterer Aspekt auf dem Weg zum eigenen Champ ist der erfolgreiche Umgang mit Angst und Druck. Eins kann ich euch versprechen, wenn ihr Druck und Angst über euer Leben bestimmen lasst, würdet euch früher oder später zu 100% zerstören. Ihr müsst lernen, diese Angst und den Druck zu steuern. Und wenn ihr das schafft, wird es die beste Version von euch selbst hervorbringen. Man kann auch sagen, dieses Monster namens Angst und Druck macht es zu eurem besten Freund. Und euch stehen Türen in der ganzen Welt offen, die glaubt ihr gar nicht. Wahrscheinlich hast du es auch schon mal gehört. Champions haben einfach immer Glück. Champions erleben keine Rückschläge. Und Champions sind schon immer erfolgreich. Ha! Was für ein Mythos! Und wenn du wissen möchtest, wie du den eigenen Mythos aufbaust, wir zeigen es dir. Wenn du immer das gleiche machst, kriegst du immer das gleiche Ergebnis. Deshalb schau dir an, wo du dich begrenzt und welche Ketten du dir auferlegst. Wenn ihr im Leben was wollt, was ihr noch nie hattet, müsstet ihr dafür auch was tun, was ihr noch nie getan habt. Motivation und Demotivation liegen ganz eng beieinander. Schau's dir an. Ich versage. Ich verliere. Ich werde es nie schaffen. Was sollen denn die anderen nur von mir denken? Nein. Du bist ein Gewinner. Du schaffst das. Schau's auf die anderen. Du bist es dir wert. Ja! Und wie gehst du damit um? Wir zeigen dir Möglichkeiten, wie du deine unbewussten Potenziale für deinen Erfolg nutzen kannst. Erfolgreicher Umgang mit Emotionen. Eigene Ketten sprengen und die Angst zu nutzen, um das Beste aus sich herauszukehren. Das und vieles mehr macht uns Menschen zu Champions. Frank arbeitet schon am nächsten Erfolg. Jetzt bist du dran. Lerne von und mit uns Profis. Und wir sehen uns. Yes! Wo لا! Wo ja ... Wo ja ... Wo ja ... Untertitelung des ZDF, 2020